In diesem Video zeige ich dir, wie du bei Snapchat deinen Namen bzw. Benutzernamen ändern kannst. Dafür gehst du hier erstmal auf dein Profil und dann auf das Zahnrad in die Einstellung. Und hier siehst du oben jetzt schon Nutzername und Name. Wenn wir jetzt also einmal auf Nutzername klicken, dann können wir hier unseren Nutzernamen ändern. Der Nutzername ist der Name, unter dem dich deine Freunde finden können. Aber Achtung, du kannst diesen Namen nur einmal im Jahr ändern. Das wird dir hier auch noch einmal angezeigt, wenn du einen neuen Namen eingegeben hast. Und das müsstest du jetzt einmal bestätigen. Wenn du aber nur deinen Namen ändern möchtest, also der Name, der bei Snapchat erscheint oder dem dich deine Freunde kennen, also sowas wie dein Spitzname, dann kannst du diesen beliebig oft und häufig am Tag ändern. Hier gibt es also keine Vorgaben und du kannst machen, was du willst und wie oft du es willst. Und so einfach änderst du bei Snapchat deinen Namen. Möchtest du noch weitere Tipps, dann abonniere gerne den Kanal, damit du kein neues Video mehr verpasst.